Das war schon bei Alter Ia so. Le Gouverneur est mort! Os arm! Os arm! Ja, er ist tot. Zu den Waffen, zu den Waffen. Lauft weg! Oh. Nur den Gouverneur eliminieren. Scheinbar habe ich das nicht hinbekommen. Schade. Riso. Da komme ich hoch. Das ist doch schön. So. Hier oben liegt irgendwo eine Kiste. Wie mir geflüstert wurde. Und sie liegt da vorne. Schön, dass es die da gibt. So, ich glaube wir laufen mal ein bisschen durch die Gegend. Mal gucken, was wir machen können. Was ist, wenn wir den da eliminieren? Nein, ich möchte weg damit. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Schade, er ist weg. Schade. Dann muss ich. Hau mal. Komm. Hau. Bitter. Tutorial. Eliminiere. also scheinbar sind das diese zeugen runter mal mal gucken oh guck mal hintermesser für das pistole das ist doch cool aber im moment nehme ich lieber das hintermesser also muss ich jetzt nein unter scheinbar und da war einer der wahrscheinlich gestochen werden sollte nein will ich nicht ich will eigentlich gar nicht kämpfen komm und komm 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 Session ist, muss ich sagen, sehr gut. Also, das ist natürlich die gleiche Steuerung wie in Assassin's Creed 3, in Assassin's Creed 4 weiß ich nicht, ob das so gleich ist, aber mir gefällt das wirklich sehr gerne, sehr gut. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!